Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf dem WinLab Kanal. Heute soll es um das Thema Videoschnitt OpenShot gehen, genauer gesagt ein Workshop über dieses Programm, was in mehrere Videos unterteilt werden soll. Dazu aber später etwas mehr. Ich werde jetzt zunächst mal mich selber und das WinLab kurz vorstellen, dann allgemein auf OpenShot eingehen und danach gehen wir schon in die Materie rein und werden das Programm starten. Als erstes kurz zu mir, mein Name ist Niklas, ich studiere, ich bin studentische Hilfskraft im WinLab und studiere an der TH Wilder Wirtschaftsinformatik. Wie schon gesagt, arbeite ich für das WinLab. Das WinLab ist ein Makerspace mit dem Prinzip Do-It-Yourself, das heißt Sachen lieber selber produzieren und bauen und herstellen, anstatt diese beispielsweise zu kaufen. Das Ziel ist es, Privatpersonen den Zugang zu modernen Technologien und Produktionsmitteln zu gewährleisten, wie beispielsweise 3D-Drucker oder Lasercutter. Denn wahrscheinlich hat nicht jeder von euch so eine Produkte und so eine Sachen zu Hause. Anschließend sind wir in Wildau, das ist in der Nähe von Berlin und wenn die Corona-Maßnahmen auch wieder ein bisschen gelockert werden, dann ist es auf jeden Fall auch möglich, uns wieder zu besuchen und beispielsweise an unseren OpenLabdales teilzunehmen. Dazu erfahrt ihr auch mehr auf unserem Instagram-Profil oder auf unserer Webseite. Dieses Video ist ein Teil der DIY-Content-Creation-Reihe, in dem euch verschiedene Programme vorgestellt werden, um kostenlos selbst Content zu erstellen. Ihr könnt dazu gerne Feedback dalassen in den Kommentaren oder beispielsweise auch das Video bewerten und dann sehen wir, ob euch das gut gefällt und ob das gut ankommt und wenn das der Fall ist, dann können wir gerne auch mehr dieser Videos machen. Wenn ihr Interesse an der Audiobearbeitung habt, beziehungsweise an weiteren Videobearbeitungsprogramm könnt ihr uns das auch gerne schreiben und dann werden wir auch in Zukunft denke ich mal darauf eingehen und dann noch weitere dieser Videos einbetten. Heute geht es erst mal, wie schon erwähnt, um OpenShot. Das ist ein Programm, was ich gleich noch mal kurz vorstellen werde. Allgemein lässt sich erst mal dazu sagen, dass das jetzt heute der erste Teil davon ist. Das heißt, da werden noch zwei weitere Videos kommen. In dem zweiten Video wird es dann, also in dem ersten Teil geht es jetzt erst einmal um die Benutzeroberfläche, um das Programm an sich, über allgemeine Daten, dass ihr erst mal so ein bisschen mit dem Programm vertraut werdet und erst mal die Oberfläche versteht. Denn das ist der erste Schritt, um überhaupt mit dem Programm arbeiten zu können. Das ist jetzt kein kompliziertes Programm, aber trotzdem sollte man sich auch kurz die paar Minuten dafür nehmen und sich das anschauen, einfach um das für die Zukunft besser zu verstehen und dann hat man auch später weniger Probleme mit dem Programm zu arbeiten. Im zweiten Video wird es dann um die Funktionen von OpenShot gehen. Das heißt, da werden euch die einzelnen Funktionen vorgestellt, wie man diese nutzen kann und wird darauf ein bisschen genauer eingegangen. Und im dritten Video wird dann ein komplettes Projekt, sag ich mal, umgesetzt. Das wird jetzt nur ein kleines Beispielprojekt sein, aber dann wird dann eine kleine Sache vorgestellt, sag ich mal, so ein paar Videosnippets, die wir dann zusammenschneiden und so ein paar Funktionen dort mal wirklich anwenden und dann mal zeigen, wie das so in der Realität aussehen kann, sowas. Kommen wir nun zum Teil zu OpenShot. OpenShot ist ein kostenloses Open Source Video Bearbeitungsprogramm für Windows, macOS und für Linux. Das heißt, ihr könnt es auf jedem Betriebssystem nutzen. Dieses wurde 2008 mit Hilfe von C++ oder C++, das ist eine Programmiersprache, entwickelt. Seitdem gab es diverse Updates mit neuen Funktionen, neuen Design und so weiter. Das Ziel von diesem Programm ist es im Endeffekt, einen stabilen, kostenlosen und einfach zu bedienbaren Video Editor zu bieten, den jeder im Endeffekt benutzen kann. Das heißt, es geht hier um eine einfache Bedienung für jede Art von möglichen Nutzern. Das heißt, egal ob jung oder alt, ob mit vielen Kenntnissen oder mit wenig Kenntnissen, jeder von euch sollte nach diesen zwei beziehungsweise drei Tutorials in der Lage sein, dieses Programm nutzen zu können, zumindest in den Grundfunktionen. Für den professionellen Nutzen ist es jedoch nicht unbedingt geeignet. Das heißt, wenn ihr euch schon sehr gut damit auskennt und schon beispielsweise mit anderen Programmen arbeitet, die jetzt in diesem Bereich auch sehr bekannt sind, wie Adobe Premiere oder sowas beispielsweise, dann müsst ihr euch dieses Video jetzt nicht unbedingt anschauen. Da habt ihr wahrscheinlich dann schon mehr Erfahrung, als ihr jetzt in diesem Workshop lernen werdet. Das heißt, dann schaut euch am besten erst mal andere Videos an, beziehungsweise schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dann können wir vielleicht auch mal so eine Programme, die ein bisschen komplexer sind, einfach mal behandeln. Allgemein kann man sagen, dass OpenShot einen sehr modularen Aufbau hat. Das werde ich euch gleich auch dann zeigen. Wir gehen gleich in das Programm rein. Dann werde ich euch, wie gesagt, in diesem Video erstmal die Benutzeroberfläche erklären, um sozusagen die Grundlage für den Anfang zu legen. Und im nächsten Video wird es dann wirklich um die Funktionen gehen, wie man mit was arbeitet. Allgemein lässt sich auch noch sagen, dass viele Video- und Audioformate unterstützt werden. Das heißt, hier gibt es nicht das eine Format, wie beispielsweise jetzt MP4 oder sowas, was unterstützt wird, sondern es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Dazu aber später mehr. Das Design ist sehr an Blender angelehnt. Das werdet ihr dann gleich auch sehen. Und aktuell ist die neueste Version 2.5.1. Dieses Video ist auf dem Stand im Januar 2021, welchem dieses Video auch Teil unseres Kanals auch jetzt veröffentlicht wird. Die Webseite werde ich euch natürlich auch in die Beschreibung packen. Dort könnt ihr dann das Programm downloaden, wenn ihr Interesse habt. Und wie gesagt, das ist kostenlos und auch nicht so groß. Also das heißt, auch speicherkapazitätsmäßig nimmt das jetzt nicht so viel Platz ein. Und heute geht es, wie gesagt, erstmal um die Benutzeroberfläche, die ich jetzt erklären und vorstellen werde. Und in den nächsten Videos hatte ich auch schon gesagt, da wird es dann wahrscheinlich noch zwei neue Videos oder zwei weitere Videos zu OpenShot geben. Und wie gesagt, wenn euch diese Content-Creation-Reihe gefällt, dann können wir gerne auch ein Video zu Audiobearbeitung machen oder zur Bildbearbeitung oder zu anderen Videobearbeitungssoftwares, die, sag ich mal, ein bisschen komplizierter, also komplexer sind. Kommen wir nun zum praktischen Teil in OpenShot. Ich habe jetzt im Endeffekt ganz einfach das Programm geöffnet und werde euch jetzt die einzelnen Teile, die einzelnen Komponenten, genauer gesagt, ein bisschen vorstellen, damit ihr auch dann Verständnis für bekommt, wo was ist und wie das funktioniert. Allgemein lässt sich sagen, dass das Programm sehr einfach aufgebaut ist und sehr übersichtlich ist. Das seht ihr auch schon hier in der Übersicht. Ihr habt hier nicht viele Elemente, also ihr habt schon ein paar Elemente, aber die sind jetzt nicht so komplex, dass man sie nicht verstehen könnte. Fangen wir zunächst oben links an. Also ganz oben habt ihr ganz normal diese Sachen wie Datei, Bearbeiten, Titel, dann habt ihr noch Ansicht, darauf werde ich gleich noch ein bisschen eingehen und eine Hilfeoption, wo ihr dann nochmal Fragen melden könnt, Fragen schreiben könnt und natürlich noch so ein paar Informationen über OpenShot, wie beispielsweise eure Version. So, kommen wir nun zu diesen Icons. Das erste Icon hier, ganz links im Endeffekt, ist einfach dafür da, um ein neues Projekt anzulegen. Das heißt, ich habe jetzt hier natürlich schon automatisch ein neues angelegt, weil ich das Programm gestartet habe, aber wenn ihr jetzt beispielsweise hier was drin habt und jetzt ein weiteres Projekt öffnen wollt, dann könnt ihr einfach hier rauf gehen und dann öffnet sich ein neues OpenShot-Fenster. Dann habt ihr hier Projekt öffnen. Hier könnt ihr ein vorhandenes Projekt öffnen, das heißt, wenn ihr beispielsweise diese OpenShot-Datei, das ist ein eigenes Dateiformat, wenn ihr das abgespeichert habt, weil ihr gerade irgendwas anderes machen wollt oder am nächsten Tag damit weitermachen wollt, dann könnt ihr das über diesen Button ganz einfach öffnen, indem ihr das dann auswählt, wo die Datei liegt. Als nächstes haben wir Projekt speichern. Das geht natürlich auch mit STRG-S. Das ist ja das Kürzel, was überall bekannt ist eigentlich und in jedem Programm funktioniert. Damit könnt ihr das Projekt, was ihr gerade hier drin habt, speichern und beispielsweise, wenn ihr jetzt noch nicht fertig seid mit dem Bearbeiten eurer Videodatei, dann könnt ihr das speichern und später dann weitermachen. Da gibt es aber einen Unterschied zum Exportieren. Exportieren bzw. das fertige Video ist ja dann im Endeffekt das Produkt, wenn ihr alles fertig geschnitten und gerendert habt und Programm speichern ist einfach nur, dass ihr diese OpenShot-Datei abspeichert und ihr später an diesem Projekt weiterarbeiten könnt. Das wäre dann diese Funktion. Als nächstes haben wir die zwei Buttons zum Wiederholen und zum Rückgängig machen. Das Kürzel für Rückgängig wäre im Endeffekt STRG-Z und fürs Wiederholen wäre STRG-Y. Das wäre dieser Button hier. Diese Funktion kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Wenn ihr irgendwie einen Fehler gemacht habt, könnt ihr einfach STRG-Z machen. Dann habt ihr diesen Fehler wieder rückgängig gemacht. Und wenn ihr dann merkt, oh das war doch richtig, macht ihr wieder STRG-Y und wiederholt sozusagen die Aktion, die ihr als letztes gemacht habt, um somit dann dieses wieder zum zweiten Mal rückgängig zu machen, sozusagen. Das sind ja auch die Standardfunktionen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal aufs nächste ein. Als nächstes haben wir Dateien importieren. Das ist auch wieder relativ klar. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise neue Videos hier einbetten wollt in euer Projekt oder beispielsweise Musik einbetten wollt, Soundeffekte einbetten wollt, irgendwelche Bilder einfügen wollt oder Texte einfügen wollt, dann könnt ihr das über diesen Button machen. Dann geht ihr einfach auf Dateien importieren. Dann öffnet sich auch wieder ein Dateifenster, wo ihr dann die Datei auswählt. Beispielsweise Bild, eine Bilddatei oder irgendwie eine Videodatei mit .mp4 oder Sounddatei mit .mp3. Da gehen wie gesagt verschiedene Formate. Dann wählt ihr diese aus und dann werden die euch hier bei den Projektdateien angezeigt. Dazu aber später ein bisschen mehr zu den Projektdateien. Zu diesen Modulen kommen wir dann gleich nochmal. Wir gehen erstmal hier oben die Sachen durch. Apropos, ihr könnt auch das importieren. Ihr müsst diesen Button nicht klicken. Ihr könnt auch die Sachen direkt reinziehen. Das heißt, Drag und Drop funktioniert auch. Wenn ihr beispielsweise euren Explorer offen habt, dann könnt ihr auch ein Bild nehmen und das einfach reinziehen, die Datei oder eine Musikdatei könnt ihr reinziehen, um diese hier in dieses Projekt einfügen zu können. Als nächstes haben wir Profil auswählen. Da können wir auch gleich mal rauf gehen. Dies ist das allgemeine Profil, was ihr auswählt, wie euer Videos im Endeffekt werden soll am Ende. Das heißt, euer Video bzw. eure Videos auch in Zukunft. Denn ihr könnt es auch bei den Einstellungen unter, das kann ich kurz mal zeigen, unter Datei und unter Profil auswählen, können wir das nämlich auch einmal auswählen. Was können wir hier im Endeffekt machen? Wir können hier auswählen, was wir für eine Qualität haben wollen und was für eine Frameanzahl, also Framed Per Second FPS auch genannt. Das heißt, wir könnten jetzt beispielsweise hier ein ganz normales HD-Format nehmen. Das wären 720p und 30 FPS in dem Fall. Wir könnten das auch auf 60 FPS erhöhen. Natürlich wird auch mit erhöhter Leistung dann natürlich auch das Video oder die Datei allgemein größer. Also von der Speicherkapazität wird das natürlich eine größere Datei werden, die beispielsweise dann auch bei einem Upload bei YouTube oder bei Instagram oder so dann natürlich auch länger braucht. Und zusätzlich muss man dann natürlich noch auf die Gegebenheiten der Plattform achten. Man kann natürlich nicht alles bei YouTube hochladen, wobei YouTube ist da schon sehr, sehr flexibel. Da kann man auch Full-HD oder sogar 4K-Videos hochladen. Aber beispielsweise Instagram hat ja da auch nur gewisse Auflösungen, die unterstützt werden und gewisse Dateiformate. Das können wir hier ändern. So, als nächstes haben wir dann noch, das hatten wir ja gerade, jetzt haben wir hier noch als nächstes diesen Button. Dieser, das steht schon da, das ist Video exportieren. Das heißt, wenn ihr hier alles fertig habt und sagt so, euer Projekt ist jetzt fertig, ihr habt hier euer Video drin, was durchläuft und ihr seid voll zufrieden damit, dann könnt ihr diesen Button klicken und euer Video exportieren. Klickt da rauf, mache ich jetzt einfach auch mal zum Test. Könnt ihr hier einen Namen eingeben, einen Pfad, wo es gespeichert wird. Ein Profil auswählen. Das haben wir ja vorhin schon gehabt. Das war das mit dem Profil, was ich gerade erklärt hatte. Und hier noch so ein paar Optionen. Hier könnt ihr auch nochmal manuell das Profil auswählen, wenn ihr hier nochmal was ändern wollt. Und natürlich euer Dateiformat, was teilweise wichtig ist. Und den Codec, welchen ihr benutzt. Also, das heißt, hier haben wir zum Beispiel MP4 mit dem H.264 Codec, der zum Beispiel immer ganz gut ist. Also, das könnt ihr eigentlich immer nehmen. Das sollte überall funktionieren. Aber manchmal geht ihr auch keine MP4-Datei. Da braucht ihr zum Beispiel eine AVI-Datei oder eine WebM-Datei. Je nachdem, nach Anwendungszweck könnt ihr ja auswählen, was ihr ja nehmen wollt. Ich lasse das jetzt erstmal. Ich habe jetzt auch hier nichts in diesem Projekt drin. Das heißt, das ist jetzt für mich relativ unrelevant erstmal. Aber damit ihr wisst, wie das funktioniert, wenn ihr das machen wollt, hier macht ihr das. Einfach mit diesem Button. Der Shortcut dafür ist im Endeffekt STRG E. Also STRG und E auf der Tastatur. So, das war es hier oben zu diesen Buttons. Kommen wir jetzt zu den Ansichten. Ansichten ist in OpenShots ein relativ wichtiges Thema, denn mithilfe von Ansichten arbeitet man und mit diesen kann man dann im Endeffekt das Video, was man hat, bearbeiten bzw. sich das Programm selber ein bisschen zusammenstellen. Denn dafür müsste man jetzt mal kurz auf das Prinzip von OpenShot eingehen. Hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, das ist ein modularer Aufbau. Das heißt, alle Sachen hier sind änderbar, sage ich mal. Das heißt, ihr könnt hier mithilfe dieser Symbole, die habt ihr überall. Also das hier ist ein Kasten, ein Modul. Da habt ihr diese Symbole. Das hier ist ein Kasten und ein Modul. Da habt ihr hier oben rechts diese Symbole. Das hier ist auch so ein Kasten mit so einem Modul. Da habt ihr hier auch so ein Symbol. Und wenn ihr da rauf geht, könnt ihr dieses Modul trennen von dem Programm, sage ich mal. Geht ihr hier rauf, dann habt ihr hier so einen Kasten und könnt es jetzt reinschieben, wo ihr wollt. Das heißt, ihr könnt euer Aussehen des Programms verändern. Wenn ihr das beispielsweise hier in die Mitte machen, könnt beispielsweise dieses Modul nehmen, raustrennen und sagen, ich will das hier ganz links haben, die Videovorschau. Ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage, aber das ist natürlich auch sehr individuell anpassbar. Und ihr könnt natürlich auch die Größe hier verschieben. Ihr könnt sagen, das muss viel größer sein, die Dateien müssen nicht so groß sein, die können ganz klein sein. Hier diese Übergänge brauche ich jetzt auch nicht so. Das könnt ihr manuell einstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr dann hiermit fertig seid und beispielsweise gemerkt habt, dass euch das doch nicht gefällt, könnt ihr hier oben auf Ansicht gehen, dann hier auf Ansichten und dann habt ihr hier verschiedene vorgefertigte Ansichten, sage ich mal. Da können wir mal auf die einfache Ansicht gehen. Das ist diese klassische Ansicht, die ihr auch bekommt, wenn ihr das Programm öffnet. Und dann seid ihr sozusagen wieder in diesem Standardmenü, falls ihr hier irgendwelche Fehler gemacht habt und wieder zurückkommen wollt. Dann gibt es natürlich noch andere Ansichten, wie die erweiterte Ansicht. Hier sind dann alle Elemente oder beziehungsweise Module, wie ich es vorher genannt hatte, abgebildet, die es in OpenShot gibt. Das heißt, wir haben hier dann noch die Eigenschaften dazu bekommen, die es gerade noch nicht gab und die Effekte sind noch dazu gekommen. Und diese können wir natürlich dann auch wieder verschieben und so, wie wir wollen. Ich lasse es jetzt erstmal so, beziehungsweise ich gehe jetzt erstmal wieder in die einfache Ansicht. Ihr könnt auch die Ansicht fixieren, dann lässt sich diese Ansicht nicht mehr ändern so leicht. Dann müsst ihr die erstmal wieder hier freigeben. Ist manchmal auch praktisch, wenn man hier irgendwie außersehen zu viele Tasten immer klickt, dann kann man die auch einmal fixieren. Dann ist die fest und dann könnt ihr auch eure Module, die hier sind, nicht mehr bewegen. Dann sind die hier festgefahren. Ich mache das jetzt erstmal wieder raus und jetzt können wir die theoretisch wieder bewegen. Kommen wir nun zu den einzelnen Elementen. Und das ist ja im Endeffekt auch der Hauptpart, denn ihr wisst zwar jetzt grob, was das hier alles ist, aber wie genau arbeitet man jetzt damit? Was ist denn dieses Modul? Was ist dieses Modul? So, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Projektdateien an. Dieses Modul ist das hier. Ich habe das jetzt wieder auseinandergezogen. Da mache ich jetzt mal wieder die einfache Ansicht an. Das wollte ich nämlich gar nicht. Genau. Was wird euch hier dargestellt? Hier seht ihr alle Dateien, die im Projekt einbezogen sind. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise Bilder oder sowas hinzufügt, also Ton, Bilder, Videos bzw. Videoabschnitte oder sowas, könnt ihr die alle hier per Drag & Drop, was ich vorhin erklärt hatte, einfügen. Dann habt ihr die hier alle drin und könntet die theoretisch wieder per Drag & Drop hier auf eure Spuren ziehen. Dazu kommen wir dann gleich auch noch. Das heißt, hier ist einfach nur eine Übersicht von allen Sachen, die in eurem Projekt verwendet werden. Die könnt ihr dann auch hier gliedern in Video, Ton, Bild. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch jetzt nur die Bilder anzeigen lassen, nur den Ton oder nur die Videoteile oder Videosnippets, die ihr benutzen wollt, könnt ihr euch das hier auch anzeigen lassen. Oder halt alle. Bei mir steht jetzt natürlich nichts drin, weil jetzt hier nichts ist. Ihr könnt auch danach suchen. Wenn ihr jetzt beispielsweise verschiedene Namen habt, Bild 1, Bild 2, Bild 3, könnt ihr jetzt hier Bild 3 eingeben und dann müsste theoretisch dann hier Bild 3 angezeigt werden. So, das war's zu den Videodateien. Viel mehr ist da auch nichts zu sagen. Das ist einfach nur eine Übersicht. Die könnt ihr dann im Endeffekt, wie gesagt, benutzen in euren Spuren. Dann habt ihr hier rechts die Videovorschau. Das ist auch ein relativ wichtiges Modul, denn hier wird euer Video als Vorschau angezeigt. Das heißt, ihr seht ihr dann, wenn ihr dann hier auf Play klickt, seht ihr dann, wie das Video aktuell aussehen würde mit den Veränderungen, die ihr gemacht habt. Dabei ist die Qualität jedoch nicht immer korrekt. Das heißt, es kann sein, dass es hier ein bisschen pixelig aussieht oder ein bisschen verzerrt oder so. Das ist dann im Endprodukt nicht so. Das ist nur eine Vorschau. Darunter habt ihr, wie gesagt, den Play-Button, den Vorspulen-Button und bis zum Ende-Springen-Button. Genau das gleiche hier. Zurückspulen und bis zum Anfang springen. Zusätzlich könnt ihr dann noch zum Marker springen mit Steuerung links und rechts. Und ihr könnt euch einen eigenen Marker setzen im Video. Aber das werde ich euch auch dann nochmal ein bisschen genauer erklären. Marker sind dann im Endeffekt Abteile, die ihr selbst gesetzt habt, also Zeitpunkte, die ihr selbst gesetzt habt und selbst festgelegt habt, zu denen ihr dann springen könnt und dann dort noch Sachen beispielsweise einfügen könnt oder diese schneiden könnt. Kommen wir nun zu der Zeitleiste. Das ist auch der wichtigste Teil, denn hier seht ihr, was in eurem Video abgeht und hier könnt ihr die Sachen verbinden. Da habt ihr jetzt hier sogenannte Spuren, die könnt ihr auch löschen. Einfach, wenn ihr rechtsklick drauf macht, könnt ihr Spuren fern machen. Jetzt zum Beispiel jetzt hier mal ein paar Mal machen. So, jetzt habt ihr beispielsweise noch zwei Spuren. Ihr könnt natürlich auch Spuren oberhalb hinzufügen. Ihr könnt diese Spuren dann natürlich auch verschieben. Das geht auch. Und hier habt ihr noch diversere andere Einstellungen. Ihr könnt die umbenennen. Beispielsweise wäre das jetzt hier Video. Dann habt ihr jetzt beispielsweise hier umbenennen Audio. Und beispielsweise jetzt die nächste Spur wäre jetzt noch Musik. So, das heißt, jetzt könntet ihr beispielsweise euer Video einfügen. Hier eure Audio, also das, was ihr redet beispielsweise. Und hier noch Musik, die ihr eingefügt habt im Hintergrund. Wie man das dann genau macht und wie man dann hier was bearbeitet, das wie gesagt im zweiten Video dieser Video-Workshop-Reihe. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr uns auch gerne folgen, unserem Kanal folgen und ein Like da lassen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und dann könnt ihr euch ja anschauen. Also könnt ihr euch das ja dann anschauen und dann hier weiter etwas über dieses Programm lernen. So, jetzt kommen wir nochmal zu den Eigenschaften. Dies ist ein weiteres Modul. Das habe ich jetzt hinzugefügt, indem ich hier oben auf Ansicht gehe. Ansichten und zu den erweiterten Ansichten. Denn somit mit Hilfe dieser Ansichten fügen sich noch weitere Module, die ihr benutzen könnt, hinzu. Dieses seht ihr jetzt hier ganz links. Das ist, wie gesagt, ein ganz normales Modul. Und wozu ist jetzt dieses Modul da? Ihr könnt jetzt, wenn ihr Videosnippets beispielsweise habt, könnt ihr jetzt auf euer Videosnippet hier klicken und dann werden euch hier ganz links ganz viele Eigenschaften des Videos angezeigt. Dazu zählen beispielsweise sowas wie so ein Gamma-Filter, Audio, das heißt, wie laut eure Audiodatei dort ist und ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Ich kenne jetzt auch nicht alle auswendig, aber da sind viele Einstellungen zum Video, zum Sound oder auch zu weiteren Effekten. Und die könnt ihr dann dort auch nochmal genauer einstellen, wenn das nötig ist. Das ist dann auch schon für Leute, die ein bisschen mehr an die Materie gehen wollen. Das heißt, jetzt nicht für welche, die einfach nur Videos aneinander schneiden wollen und dann Musik hinterlegen wollen, dann braucht ihr das nicht unbedingt. Aber wenn ihr dann noch so ein bisschen beispielsweise Musik so ein bisschen abpassen wollt, dann könnt ihr das nutzen. So, das war es auch schon zu dem ersten Tutorial hier. Das heißt, ihr habt jetzt so ein bisschen so ein Überblick über dieses Programm, über OpenShot. Und im nächsten Video wird es dann um die Funktionen gehen. Da werde ich euch dann beispielsweise auch sowas hier erklären. Nicht jeden einzelnen Filter, aber beispielsweise so ein paar Filter. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.